Wir haben hier aufgrund der aktuellen Situation in der Brasserie Krone eine Aperobar eingerichtet und ein Fondüstübel. Ab 05.00 Uhr ist unsere Aperobar offen und ab 06.00 Uhr kann man ein Fondüstübel reservieren und ein klassisches Fondü oder eines mit Pilz und Speck geniessen. Am Silvester gibt es bei uns in der Brasserie Krone ein 6-Gang-Menü und für die, die spontan vorbeikommen wollen, haben wir DJ und Barbetriebe für alle. Ciao Wetzike! Wir kennen nur ein Gass. Vollgas!